Und wenn wir bei mangelnden Beliebtheitswerten sind, da sind wir auch schon relativ schnell bei. Werner kenne ich denn von irgendwo. Der Lehrerkind ist so wahnsinnig witzig, das war der, der immer so gammert hat, dass sein Schulweg so lang ist und in der Zeit ist wahnsinnig viel Weltliteratur entstanden. Die Frage, wieso, wer ist schuld? Die ganz ganz wesentlichen Fragen, kleinkünstlerischer Aderlass. Ich bin da ein bisschen traumatisiert vielleicht. Das sind irgendwie so Inhalte schön zu zelebrieren und das finde ich schon ein bisschen spannend. Gibt's bis jetzt Fragen?